Vorratsgesellschaft und Mantelgesellschaft kaufen, versteckte Gefahren 2018. Viele wollen schnell eine Mantelgesellschaft kaufen, um mit dem Business sofort zu starten. Die meisten kennen aber die versteckten Gefahren und die Fallen nicht, die mit dem Kauf einer Mantelgesellschaft verbunden sind. Glauben sie ja nicht, dass sie vor Gefahren und Fallen sicher sind, nur weil sie einen Aktienmantel in der Schweiz einkaufen. Diese Gefahren, Fallen und Risiken können den finanziellen Ruin bedeuten. Dabei ist es egal, ob sie in der Schweiz oder sonst wo eine Vorratsgesellschaft oder eine Mantelgesellschaft kaufen. Wenn Sie dieses Video bis zum Schluss anschauen, wissen Sie nach wenigen Minuten alle Vorteile, aber auch alle Gefahren, Fallen und Haftungsrisiken beim Kauf eines Aktienmantels. Als Bonus zeige ich Ihnen die übelsten Tricks und die allerletzten Maschen der Betrüger. Bleiben Sie dran! Guten Tag, mein Name ist Enzo Caputo. Ich bin Inhaber der Boutique-Anwaltsfirma Caputo & Partners am Paradeplatz in Zürich und Gründer des Blogs SwissBankingLawyers.com, wo erfolgreiche Geschäftsleute aus aller Welt praktische Tipps und erprobte Lösungen zu Banking, Steuern und Business in der Schweiz finden. Eine Mantelgesellschaft ist nur die juristische Hülle einer AG oder einer GmbH. Sie hat keine oder fast keine Aktivposten mehr. Sie war früher aktiv und hatte einmal eine Geschäftstätigkeit, die heute eingestellt ist. Eine Vorratsgesellschaft war hingegen noch nie aktiv tätig. Sie wurde gegründet mit der Absicht, verkauft zu werden. Allerdings haben beide Formen den mühsamen und zeitraubenden Gründungsprozess bereits hinter sich. Das ist zugleich der erste Vorteil einer Wahltergesellschaft. Man spart Zeit. Man muss nicht zum Notar, man muss nicht ein paar Wochen warten, bis das Handelsregisteramt den Eintrag ins kantonale Handelsregister publiziert hat. Vielmehr kann man ab Tag 1 mit dem Business starten. Es gibt aber in der Praxis einen anderen Grund, wieso Mantelgesellschaften so beliebt sind. Man muss 100'000 Franken Aktienkapital nicht einzahlen. Meistens hat die Mantelgesellschaft das Aktienkapital bereits auferraucht. Ein Geschäftsmann kann, ohne die 100'000 Franken investieren zu müssen, sofort mit dem Business beginnen. Der Käufer umgeht damit die Aktienkapitaleinzahlung. Solange alles gut läuft und die AG gute Geschäfte macht, ist alles kein Problem. Es gilt hier, die römisch-rechtliche Rechtsmaxime, Nemo-Judex sine aktore, wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter, kommen aber Gläubiger zu Schaden, sieht die Geschichte anders aus. Gläubige können klagen, sie machen eine Umgehung, der Aktienkapitaleinzahlungsvorschriften gelten. Wenn sofort nach der Gründung der Vorratsgesellschaft, aber vor dem Verkauf der Vorratsgesellschaft das ganze Aktienkapital von 100'000 Franken wieder herausgenommen wurde, genau dieses Haftungssubstrat fehlt jetzt in den Gläubigern. Bei einer Mantelgesellschaft sieht es besser aus. Da die AG eine normale Tätigkeit hatte, wurde das Kapital ganz einfach aufgebracht. 30% aller Firmen der Fortune Global 500-Liste haben in der Schweiz eine AG gegründet. Die Fortune Global 500-Liste ist eine Liste mit den grössten Firmen der Welt. Wieso gründen 30% der grössten Firmen der Welt in der Schweiz eine AG? Dazu haben wir bereits mehrere Videos publiziert. Wieso wollen auch Sie in der Schweiz eine AG gegründen? Was sind die Vorteile eines Schweizer Firmenmantels? Zeitersparnis, kein Notar, kein Warten auf die Publikation im Handelsregister, keine Gründerhaftung, kein Kapitaleinzahlungsbefordernis von 100'000 Franken, garantierte Anonymität durch Inhaberaktien. Die Schweiz ist eines der ganz seltenen Länder auf der Welt, wo Inhaberaktien noch legal sind. Die Europäische Union will, dass die Schweiz die Inhaberaktien abschafft. Die Europäische Union hat gegenüber der Schweiz ganz massiv Druck ausgeübt. Zum Glück haben wir Schweizer wenigstens mit den Inhaberaktien nicht nachgegeben. Beim Bankgeheimnis war es leider anders. Zu gross war der Druck aus den USA und aus der Europäischen Union. Die aus den Schweizer Banken erpressten Bussen in Milliardenhöhe der USA haben die Schweiz zum Aufgeben des Bankgeheimnisses überzeugt. Nicht so bei den Inhaberaktien. Es muss zwar bei Inhaberaktien ein internes Aktienbuch mit den Namen der Aktionäre geführt werden, aber eben nur intern. Im Gegensatz zu anderen Ländern müssen die Namen der Aktionäre im Handelsregister nicht publiziert werden. In gewissen Kantonen wie Zug, Schweiz, Appenzell oder Luzern sind die Steuern bei etwa 15%. Je nach Gemeinde kann man sogar eine Besteuerung von unter 15% erreichen. Weist ein Firmenmantel einen hohen Verlustvortrag auf, kann man damit Steuern sparen. Jetzt kommt der Trick. Man kompensiert den Verlustvortrag mit zukünftigen Erträgen. Man muss aber geschickt anstellen. Die Steuerbehörde darf vom Mantelkauf nichts wissen. Also Vorsicht! Wenn Sie sofort nach dem Kauf zu viele Änderungen im Handelsregister eintragen lassen, kann das beim Steueramt auffallen. Die AG wird steuerlich wie eine Neugründung behandelt. Eine Mantelgesellschaft kann aufgrund des Alters gewisse Vorteile bieten, was die Bonität betrifft. Lieferanten beispielsweise könnten eine ältere Firma bevorzugen. Bonitätsagenturen, die die Bonität von Firmen standardisiert überwachen, erteilen eine höhere Kreditwürdigkeit. Diese Vorteile auszunützen, muss man wie beim Verlustvortrag vorsichtig handeln. Die Agenturen, die die Bonität von Firmen überwachen, dürfen vom Mantelkauf nichts mitbekommen. Wenn Sie die Informationen in diesem Video nützlich finden und kein Educational Video dieser Art verpassen möchten, drücken Sie bitte jetzt auf den Subscribe-Button. So sichern Sie sich alle aktuellen Help-Videos für mehr Erfolg im Business. Sie wissen ja, erfolgreiche Leute lassen sich gerne beraten. Vor allem Ausländer mögen bei alten Aktienmanteln das hohe Prestige von alten Schweizer Firmen. Ein Mandant Asoman hat letzte Woche eine Gewerbeimmobilie an der Bahnhofstrasse erworben. Um seine Trophäenimmobilie zu halten, hat er uns beauftragt, für ihn eine möglichst alte Schweizer AG zu besorgen. Nach wenigen Telefonanrufen hatten wir die Firma, die er suchte. Er kaufte einen Aktienmantel aus dem Jahre 1905 für 180'000 Franken ein. So ein hoher Preis ist jedoch eine Ausnahme. Wegen des hohen Alter der Firma ist er hier gerechtfertigt. Aktienmantel über 100 Jahre gibt es nicht wie Sand am Meer. Normalerweise bewegen sich die Preise für einen Aktienmantel je nach Alter und Höhe des Firmenkapitals zwischen 15'000 Franken und 40'000 Franken. Wenn Sie ab Tag 1 mit Ihrem Business in der Schweiz starten wollen, dann kaufen Sie sich einen Firmenmantel bei einem Fachmann ein. Passen Sie aber auf, dass Sie nicht die Katz im Sack einkaufen. Schwarze Schafe im Mantelhandel gibt es auch hier in der Schweiz. Vorsicht bei zu günstigen Angeboten, denn wir sind hier nicht auf dem Jahrmarkt. Vor allem im Internet tummeln sich Betrüger. Vorsicht bei anonymen Webseiten, wo keine Personen namentlich erwähnt oder abgebildet sind. Vorsicht ist überall dort geboten, wo das Telefon nicht vom eigenen Büro kommt, sondern von einem Telefonservice aus den baltischen Staaten, aus Osteuropa oder Russland. Dort gibt es professionell geführte Call-Centers, die sogar die Existenz bewilligter Banken vorspiegeln, die keine sind. Und Bankkonten in exotischen Rechtsordnungen eröffnen, um Opfern das Geld zu stehlen. Im Gegensatz zu Deutschland braucht es für den Kauf einer AG in der Schweiz keinen Notar. Sie haben keinen Notar, der Sie vor einem schlechten Kauf im letzten Moment warnen könnte. Wenn Sie bei uns einen Aktienmantel kaufen, können Sie sicher sein, dass mit dem Kauf nicht versteckte oder offene Verbindlichkeiten mit eingekauft werden. Hier gibt es oft versteckte Haftungsrisiken und Fallen, die Millionen kosten können. Wir kennen den Markt bestens. Wir kaufen nur bei verlässlichen Quellen ein. Wir prüfen jeden Firmenmantel auf offene Steuerrechnungen, auf versteckte Schulden oder auf sonstige unliebsame Überraschungen. Zudem bestehen wir auf eine schriftliche Gewährleistungserklärung. Bitte posten Sie Ihre allgemeine Frage oder Ihre Erfahrung mit einer Vorratsgesellschaft oder einer Mantelgesellschaft hier im Kommentarbereich. Wir beantworten alle Fragen in der 24 Stunden. Wenn Sie unsere Informationen nützlich finden, dann drücken Sie bitte jetzt den Subscribe-Button. So sichern Sie sich alle educational Videos. Wollen auch Sie eine Firma in der Schweiz erwerben, wie es bereits 30% der Firmen auf der Fortune Capital 500 Liste vor Ihnen gemacht haben. Dann nehmen Sie jetzt Ihr Mobiltelefon in die Hand. Rufen Sie mich sofort an. 004144-212-4404 oder schreiben Sie jetzt ein E-Mail. Die E-Mail-Adresse finden Sie im Abspann des Videos. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Tag. Bis zum nächsten Mal.